Es ist wichtig, über die Zukunft zu sprechen, weil die Zukunft unausweichlich ist. Sie kommt auf jeden Fall. Und ergo haben wir zwei Verantwortung. Auf der einen Seite, wir müssen die Zukunft akzeptieren, also dass sie kommt. Und wir müssen als Linke an der Stelle versuchen, sie so weit mit zu beeinflussen, dass sie möglichst wenig kaputt macht, beziehungsweise möglichst wenig kaputt macht, ohne möglichst viel Gutes neu aufzubauen. Und ich glaube, dass das einfach Impulse sind, die von links kommen müssen und eben auch weiterhin von links kommen müssen.